Der Basketball an meinem Herr-Anwalt-Spiel ist schon ganz cool und im letzten Video habe ich euch nach einer Super-Attacke gefragt. Ein Dank, bei dem er hochspringt, kurz auflädt und dann eine Druckwelle auf den Boden schießt. Okay, ich habe da mal die bisher aufwendigste Animation gezeichnet. Die besteht aus insgesamt 29 Frames und ich habe da locker drei Stunden für gelockt. Sieht aber komisch aus. Ich weiß, aber wenn ich die dann in Unity zusammenbastle und ihn springen und danken lasse, dann ist das doch gar nicht mal so schlecht. Immer noch lame. Wo ist der Flächenschaf? Da wär's mit einer Druckwelle. Ja, gut, das gibt's alles im nächsten Video.